Karls Riedle, 5 zu 0 ging dieses Spiel aus. Österreich hat Deutschland 5 zu 0 besiegt. Das ist ein noch größeres Schwach wie Cordoba 1. Eine Erklärung zu kurz nach dem Spiel, woran es gelegen hat? Kurz nach dem Spiel können wir keine Erklärungen abgeben. Es war ein Debakel heute. Wir waren uns läuferisch überlegen und auch spielerisch. Müssen wir neidlos anerkennen. Es bleibt nur zu offen, dass die Jungs 1 in der Vorrunde eine bessere Leistung abliefert. Gibt es einen Tipp von euch für das 1? Ich glaube, da können wir sicher sein, dass wir eine andere Mannschaft hier präsentieren werden. Ich denke schon, wir haben eine gute Mannschaft und es wird nicht ganz einfach werden bei der Euro. Jeder erwartet natürlich wahnsinnig viel von uns, aber ich denke schon, dass wir ganz gut abschneiden werden. Letzte Frage noch. Das Ergebnis ist zwar nicht so toll, aber Spaß hat es gemacht, nehme ich an. Was kommt heute Abend noch? Wird noch ein bisschen gefeiert? Ich weiß nicht, was jetzt ansteht. Ich glaube, wir treffen uns irgendwo nachher zum Essen. Ja klar, dann wird es nochmal begossen, der große Sieg für Österreich.